Da Sie ständig dazwischen schreien, will ich Ihnen eines sagen. Weder vorher noch nachher, noch zu irgendeinem anderen Zeitpunkt gibt es eine Zusammenarbeit meiner Fraktion mit Ihren Leuten, egal mit wie vielen Leuten Sie hier im nächsten Deutschen Bundestag sitzen werden. Und wenn Sie der Meinung sind, uns hier von diesem Podium aus als Teil einer Viererbande diffamieren zu müssen, dann ist es genau der Beleg dafür, dass mit Ihnen eine Zusammenarbeit nicht möglich ist. Sie wollen sie ja auch gar nicht. Und sie wird nicht stattfinden. Ist das eigentlich alles, was Sie können? Dazwischen schreien, rumgrölen? Ist das alles, zu dem Sie noch in der Lage sind? Und dann rufen Sie uns allen Ernstes mit dieser Rumschreierei, rufen Sie uns allen Ernstes auf, mit Ihnen zusammenzuarbeiten? Das glauben Sie doch selber nicht, dass wir das mit einer solchen Gruppe von Rechtsnationalen tun.